Verkuscheltes Dreh am Team, Vic Beckham so vernaht in Harper Wenn das kein Bild für die, Weihnachtsgötter ist, Star-Mama Victoria Beckham, 43, gewährt ihren Followern immer mal wieder süße Einblicke in ihr Familienleben. Anlässlich der Feiertage drückt die Desennerin noch mal so richtig auf das Schmusepedal, so süß kuscheln sich die Beckham Gelswick und Töchterchen Harper Sieven, 6, ins Festtagsfieber. Zeit für ein Nickerchen mit Mami, freut sich die Herzensfrau von Profi Kekadavid Beckham, 42, in ihrem Post auf Instagram. Die niedliche Momentaufnahme zeigt die stolze Vierfach-Mama mit ihrem jüngsten Sprössling, eng umschlungen genießen Mutter und Tochter ein paar Mose-Stunden zusammen. Auch ihren Anhängern lässt die Britin etwas Liebe da, Küsse, kurz vor Weihnachten, sendet sie in ihrer Bildunterschrift aus. Die schlafenden Schönheiten sind übrigens nicht die einzigen Familienmitglieder, die sich durch die Winterzeit kuscheln, auch Promi-Papa versprühte bereits in einem Xmas-Pullover-Kotzi-Stimmung. Obwohl noch mehr Kuschelpix aus dem romantischen Feiertagshäuschen der Beckham-Bande flattern werden?